Hagi? Kissi? Oh, das gibt's doch nicht. Sie ruft mich auch schon die ganze Zeit ein. Nein, 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 nein. Schatz? Fragezeichen? Warum die neue Bedeutung? Hagi? Nein, wir haben mit dir auf jeden Fall keinen Krieg. Kissi? Nein, wir haben mit dir auch keinen Krieg. Es ist alles gut zwischen uns beiden. Leute, ihr seid ja auch schon da. Warte mal, lasst mich erst mal aufstehen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge auf diesem Kanal, Leute. Und Leute, meine letzten Videos waren nicht so erfolgreich, deswegen möchte ich euch jetzt gleich mal bitten, rockt dieses Video sofort jetzt mit 1000 Likes, Leute. Und mit 1000 Likes, ihr würdet mir einen riesengroßen gefallen tun, Leute. Und ihr seht gerade selber, wir haben Kissi Missi und Hagi Wagi hier. Wir haben die beiden schon besiegt, Leute. Wir zogen sie erst mal auf die Seite. Ich hoffe mal, dass wir sie nicht mehr brauchen. Und ich hoffe, ihr habt das letzte Video angeschaut. Wir haben Mami Long Legs. Ihr habt richtig gehört. Mami Long Legs zusammen in FaceTime angerufen und in WhatsApp angeschrieben. Und es ist nicht gut geendet, Leute. Ich bin aus dem Badezimmer rausgekommen und sie hat mich attackiert. Ihr könnt das Ganze jetzt nochmal hier anschauen. Es war auf jeden Fall richtig heftig gewesen. Aber ich dachte mir mal, wir schauen uns heute mal zusammen mit euch einen Film von Mami Long Legs Videos an. Zusammen um 3 Uhr Nacht zu werden. Der Teufelstunde. Es kommt auch noch ein Kinofilm raus. Aber den Kinofilm habe ich neulich. Der kommt nämlich morgen raus. Exklusiv im Dark Web. Wenn ihr darauf Bock habt, dann schreibt es jetzt mal in die Kommentare. Ja, ich will, dass wir uns zusammen diesen Kinofilm auch anschauen, Leute. Aber wie gesagt, der ist noch nicht draußen. Aber ich dachte mir mal, was brauchen wir dazu? Also was brauchen wir, um einen Kinofilm oder jetzt Videos um 3 Uhr Nacht anzuschauen? Wir brauchen ein paar Snacks, Leute. Wir haben hier ein paar M&M's hier. Wer von euch feiert M&M's? Aber ich würde sagen, wir schauen noch mal in die Küche. Weil ohne Snacks kann man sich kein Videofilm anschauen, oder? Also kann man sich keine Videofilme anschauen. Ich würde sagen, das lassen wir schon mal da, weil ich bin echt nicht so ein Fan. Wir schauen noch mal, was wir in der Küche haben. Da, 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 da. Da! Okay, Leute. Lass uns mal nachschauen. In unserer schönen Küche. Ich würde sagen, wir können auch das nicht da machen. Das ist nicht so schlimm. Ihr seht, was haben wir hier? Es ist ein bisschen unaufgeläumt, aber das seid ihr von der alten Mutter noch gewöhnt, ne? Ich würde sagen, lass uns mal, lass uns mal im Küchschlag erstmal nachschauen. Vielleicht haben wir da ein paar Sachen. Ähm, okay, da haben wir wirklich fast nicht Ziel, Leute. Eier, nee, nee, komm. Eier sind auf jeden Fall nicht cool für ein Kilo. Mit Limetten auch nicht. Ketchup, nein. Ähm, Tortillas brauchen wir nicht. Ich würde sagen, ach, kommt. Aber wir haben noch was anderes da. Wir haben auch ein paar Chips da, Leute. Und wir haben sogar Popcorn da. Deswegen schreibt jetzt mal sofort in die Kommentare, was in mir fällt, Leute. Popcorn? Oder doch hier Tortillas. Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen eher der Tortillas-Freund. Aber ich weiß, wir haben auch ein paar Popcorn, Freunde. Deswegen sage ich, komm, wir packen mal alles mit rüber. Und wir schauen uns das in den Film an. Ah, Leute. Und genau aus diesem Badezimmer ist Manny Longlabs vor zwei Tagen rausgekommen, Leute. Weißt du, wie wir sie in Facetime zusammen angerufen haben? Deswegen würde ich sagen, diesmal schreiben wir sie auf keinen Fall an. Und wir wollen sie auch wirklich nicht hierher beschwören. Weil ihr wisst selber, Leute, sie hat jetzt auch unsere Nummer. Das heißt, sie kann uns auch sehr gut selber im WhatsApp anrufen oder in Facetime anrufen. Deswegen müssen wir wirklich extrem aufpassen. Wir wollen auf jeden Fall keinen herbeschwören. Und der Film dauert eh nur zwei Minuten. Es ist nicht der Kinofilm. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen. Weil sie wahrscheinlich bestimmt selber mit irgendwelchen anderen YouTuber beschäftigt ist, dass sie hierher kommt, Leute. Kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Deswegen lasst uns das mal hinsetzen. Und ich zeige euch gleich mal den Film hier. Ich bin auch schon langsam wirklich müde. Und wie gesagt halt, Hagi, Kissi, ich brauche euch nicht mehr. Nein, ich brauche euch nicht mehr. Ich habe euch besiegt. Geht sofort weg. Tschüssi, du bist die Erste. Ab ins Bett mit dir, Hagi. Ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche dich nicht mehr. Wir haben dich besiegt. Es gibt mittlerweile Mami Long Legs. Und auch für dich. Goodbye, Hagi. Wagi. Aber sehr gut, Leute. Dann würde ich sagen, lasst uns den Film mal anschauen. Zusammen. Und schauen, was wird passiert, Leute. Hagi Wagi. Okay, da ist die Hand von Mami Long Legs. Es ist auf jeden Fall schon mal richtig, richtig creepy, Leute. Okay, sehr gesagt. Terrible things will happen. Du bist perfekt. Du bist perfekt zum verlieren. Du bist in Gefahr. Sie schaut, wie gehen deine Schritte an. Sie schaut, wie gehen deine Schritte an. Mami Long Legs schreibt mir gerade eine Nachricht. Äh, ich blende das jetzt mal ganz kurz hier ein. Ist ja ganz komisch. Vor allem wir haben gerade den Film angeschaut. Und Hallo Comeback TV mit zwei Herzen. Ähm, ich schreibe mal Hallo Mami, oder? Leute, denkt ihr, sie ist lieb? Warum schreibt sie mir zwei Herzen? Oder könnte es vielleicht doch eine Falle sein? Äh, lasst uns erstmal abwarten, was sie... Was sie uns schreibt, Leute? Wie bitte? Süß, wie du meine Videos anschaust. Ähm, gerne doch. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, dass sie mir sowas schickt. Bist du nicht mehr böse? Nein, in love. Wie bitte? 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 Sie... Häh? Meinst du das ernst? Leute, ich bin schon ein bisschen schockiert, wenn jetzt sowas zu lesen... Sie scheint anscheinend irgendwie in love mit mir zu sein. Mami Long Legs in love mit mir? Wie Leute? Ja, mein Schatz! Leute, das kann jetzt doch nicht ernst meinen, oder? Schatz? Das kann jetzt nicht ernst meinen, Leute. Ich komme jetzt und zwei Herzen. Oh mein Gott, das glaube ich nicht. Mami Long Legs ist in mich verliebt. Nein, nein, nein. Sowas haben wir noch nie gehabt. Normalerweise wollten die uns immer besiegen, diese komischen Tiere. Nein, nein, nein. Ich will mit dir... Ich will mit dir nichts zu tun haben. Leute, sie ist in mich verliebt. Mami Long Legs. Nein, 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 nein. Okay. Ich will mit... Absolut... Nein, Leute. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Schreibt mir in die Kommentare. Jetzt ruft sie mich... Jetzt ruft sie mich schon wieder an. Leute, das gibt's doch nichts. Sie ruft mich auch schon die ganze Zeit ein. Nein, 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 nein. Leute, ich will da nicht hingehen. Ich will... Leute, ich will da nicht hingehen. Nein, 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 nein. Ich will jetzt da wirklich nicht ans Telefon hingehen. Sie ruft mich im FaceTime ein, Leute. Nein, 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 nein. Bitte. Warte mal. Hagi. Kannst du mir irgendwie helfen? Hagi, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Hagi. Hagi, bitte hilf mir. Bitte hilf mir. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Ich will mit Mami Long Legs nichts zu tun haben. Ich will mit Mami Long Legs absolut nichts zu tun haben. Bitte. Hagi. Hagi. Warte mal. Ich will da draußen. Hagi. Bitte, 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 bitte. Ich lass dich jetzt mal liegen. Ich will das doch nicht kommen, oh mein Gott, die wird auch nicht kommen, oder? Ich glaube, ich habe da was gehört, Leute. Mein Gott, die wird es doch nicht wirklich kommen. Sie ist nämlich verliebt. Das glaube ich nicht. Okay, das ist extrem komisch, Leute. Ich brauche damit auf jeden Fall jetzt eure Hilfe. Ich habe absolut keine Lust darauf, dass ich... Ne, 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 ich habe darauf wirklich absolut keine Lust. Und Hagi Wagi will mir anscheinend auch nicht helfen. Okay, Leute. Lass uns mal schauen, ob sie... Der ist keiner. Hallo? Was? Leute, das glaube ich nicht. Irgendjemand, der hat mir zwei Rosen geschenkt, Leute. Äh, es gibt Mami Long Legs. Mami Long Legs, bist du hier drin? Mami Long Legs. Okay, Leute, bevor wir da jetzt nochmal reinschauen, würde ich sagen, schickt dieses Video gerne weiter an fünf Leute. Ich werde jetzt nochmal einen grüßen. Ich bin schon extrem aufgeregt. Die wird mich jetzt doch nicht dazu... mich hier... irgendwas mit mir machen, oder? Mami Long Legs? Mami Long Legs und Herzen. Oh mein Gott, das glaube ich nicht. Oh mein Gott, sie scheint anscheinend wirklich in mich verliebt zu sein. Leute, das kann doch nicht wahr sein. Nee, 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 nee. Leute, die muss hier schon wieder drin gewesen sein. Und... Nee, 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 nee. Aber wartet mal. Die einzigste... Die wird jetzt doch nicht dahinter sein, oder? Okay, lasst uns mal bis 13. Mami Long Legs. Ich bin hier. Sie ist nicht da, Leute. Da leiden wir, wisst ihr was? Lasst uns rausgehen. Lasst uns das Video beenden. Es hat keinen Sinn mehr. Aber sie scheint anscheinend wirklich in mich verliebt zu sein. Absolut keine Lust. Warte mal, ich höre da irgendwelche Sachen draußen. Ich bin hier. Untertitelung des ZDF, 2020